In diesem Video haben wir richtig gute Beispielaufgaben zum Satz des Pythagoras vorbereitet. Viel Spaß! Kurze Wiederholung. Der Satz des Pythagoras ist für rechtwinklige Dreiecke. Ganz wichtig, die Dreiecke müssen einen rechten Winkel haben, sonst können wir den Satz nicht anwenden. Der Satz selber lautet a² plus b² gleich c². c ist dabei immer die längste Seite im Dreieck, also die Hypotenuse, und a und b sind die Katheten. Wem das gerade nicht so viel sagt, der sollte vor diesem Video unbedingt nochmal in unserem ausführlichen Erklärvideo zum Thema vorbeischauen. Los geht's mit den Aufgaben. Bestimmen die Länge der fehlenden Seite des Dreiecks. Wie immer, erst selbst rechnen und dann unsere Lösung anschauen, so lernt ihr am meisten. Beim ersten Dreieck suchen wir die Länge der Seite c. Das Dreieck hat auf jeden Fall einen rechten Winkel, das heißt wir können den Satz des Pythagoras benutzen. Die Längen der Seiten a und b haben wir gegeben und können sie einfach in den Satz einsetzen. a ist 3 cm lang und b ist 8 cm lang. 3² sind 9 und 8² sind 64. Zusammen sind das 73. Und jetzt müssen wir noch auf beiden Seiten die Wurzel ziehen, weil wir das Quadrat beim c weghaben wollen. Wurzel von 73 ist ca. 8,544. Und Wurzel aus c² ist c. c ist also ca. 8,544 cm lang. In der nächsten Aufgabe ist die Länge der Seite c gesucht. Gegeben haben wir a mit 2 cm und b mit 4,5 cm, was wir auch direkt in den Satz des Pythagoras einsetzen. Den dürfen wir benutzen, weil hier ein rechter Winkel im Dreieck liegt. 2² sind 4 und 4,5² sind 20,25. Macht zusammen 24,25. Wir ziehen die Wurzel auf beiden Seiten und erhalten dann, dass c ca. 4,9244 cm lang ist. Beim nächsten Dreieck suchen wir die Länge der Seite b. a ist 5 cm lang und c ist 7 cm lang, was wir wieder direkt in die Formel einsetzen können. Die dürfen wir benutzen, da das Dreieck offensichtlich einen rechten Winkel unten links hat. 5² sind 25 und 7² sind 49. minus 25 auf beiden Seiten rechnen, damit das b² alleine steht. Und dann die Wurzel ziehen. Als Ergebnis erhalten wir, dass b ca. 4,899 cm lang ist. Und noch ein Dreieck, da suchen wir die Länge der Seite a. Rechter Winkel ist da, also können wir einfach die Längen von b und c in den Satz des Pythagoras einsetzen. 6² sind 36 und 9² sind 81. Minus 35 auf beiden Seiten rechnen, damit das a² alleine steht. Und dann wieder die Wurzel ziehen. Und wir kommen drauf, dass a ca. 6,708 cm lang ist. Wie sieht es beim nächsten Dreieck aus? Da haben wir die beiden kürzeren Seiten mit 3 und 8 cm gegeben. Wir können also einfach die Werte für a und b einsetzen. Nein, können wir nicht. Das Dreieck ist nämlich nicht rechtwinklig, hat also keinen rechten Winkel. Bedeutet, wir dürfen den Satz des Pythagoras nicht anwenden und können die fehlende Seite auch nicht bestimmt. Schade. Jetzt eine etwas schwierigere Aufgabe für euch. Wir haben diese Pyramide und sollen die Längen der grünen und blauen Linien berechnen. Kleiner Hinweis, die Spitze der Pyramide liegt genau über der Mitte der Grundfläche. So, stellt das Video mal auf Pause und schaut, ob ihr herausfindet, wie das geht. Tipp, man muss mehrmals den Satz des Pythagoras anwenden. Jetzt kommt die Auflösung. Wir starten mit der blauen Linie. Da können wir nämlich folgendes Dreieck rausmachen. Und in diesem Dreieck haben wir alle Seitenlängen außer der blauen. Die Seitenlänge der hinteren Seite beträgt 10 cm und die von der unteren beträgt 3 cm, weil der blaue Strich ja genau in der Mitte dieser 6 cm langen Linie liegt. Hälfte von 6 cm sind 3 cm. Der rechte Winkel liegt hier unten bei der blauen Linie. Das heißt, die 10 cm sind die lange Seite C. Die 3 cm sind dementsprechend B und wir suchen A. 3 zum Quadrat sind 9 und 10 zum Quadrat sind 100. Minus 9 auf beiden Seiten rechnen und dann die Wurzel ziehen. Da kommt raus, dass A circa 9,539 cm lang ist. Und mit dem Wissen können wir jetzt die Länge der grünen Linie berechnen. Man kann da nämlich folgendes Dreieck rausmachen. Dann haben wir unten bei der grünen Linie den rechten Winkel und kennen die Länge der blauen Seite und die der unteren. Die untere ist nämlich wieder 3 cm lang, da die grüne Linie ja genau in der Mitte der Grundfläche liegt. Wir müssen also vom Rand aus zu ihr die Hälfte von 6 cm gehen, also 3 cm. Und dann können wir wieder für B 3 und für C circa 9,539 einsetzen. 3 zum Quadrat sind 9 und 9,539 zum Quadrat sind circa 91. Minus 9 auf beiden Seiten rechnen und dann die Wurzel ziehen. Ergebnis, die grüne Linie ist circa 9,055 cm lang. Mega gut, wenn ihr die Aufgabe alleine lösen konntet. Wenn euch dieses Video weitergeholfen hat, dann würden wir uns echt über ein Like und ein Abo von euch freuen. Und wenn ihr auf der Suche nach wirklich guter Nachhilfe in Mathe seid, dann schaut auf jeden Fall mal auf unserer Website vorbei, da findet ihr welche. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Mathe kann jeder, wir wollen es beweisen.